Fünf Experten, fünf Holzbauliebhaber und fünf gute Argumente für den Holzbau. Ja, Holzbau, Holzbau ist geliebte Leidenschaft. Holzbau ermöglicht architektonische Bauten, die wir mit Steinen auch machen können, nur konventioneller bauweise, aber Holzbau, ja, Holzbau ist Leidenschaft. Die Menschen sind Leidenschaft und können Wundräume einfach realisieren. Holzbau ist für mich nicht Architektur, sondern Holzbau sind für mich die Menschen. Und wir als Netzwerk haben nur mit den Menschen zu tun und nicht unbedingt mit Architektur, mit Details etc. Und das ist das, was mich seit 22 Jahren fasziniert, macht total viel Spaß. Und Holzbauleute sind total ehrlich und das finde ich total klasse. Holzbau ist toll. Ich habe das totale Glück, mit einem super Baustoff seit vielen Jahren zu tun zu haben. Und ja, bin begeistert davon. Für mich ist der Holzbau sehr toll, weil er Beiträge zur Klimathematik, zum ökologischen Schutz der Erde liefert. Und vor allem Menschen sinnhafte Arbeit bietet in der nächsten Generation auch, dass man jungen Unternehmern, den Söhnen, jungen Menschen teilhaben lässt an Sinnhaftigkeit und damit auch ein vernünftiges Berufsleben. Der Holzbau ist toll, weil wir mit einem sehr, sehr angenehmen Material arbeiten, was über dies noch nachwächst. Und ich umarme lieber eine Holzbaustutze als eine Stahlbetonstutze. Und was sagen Sie? Finden Sie Holzbau großartig oder eher nicht? Schreiben Sie es einfach in die Kommentare. Wir freuen uns. Schreiben Sie es einfach in die Kommentare. BISBASUTUS. 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 ochierten Service. BISBASUTUS.